Hey, hier ist Jochen von Blusa Studio und gestern habe ich dir in meinem Hashtag-War-Hashtag-Falsch-Video erzählt, dass so ein Piepsgerät angeblich das Summen von natürlichen Feinden der gemeinen Stechmücke simulieren würde und sie somit verjagt. Aber stimmt das denn? Die Auflösung gibt es gleich. Außerdem gebe ich dir einen Tipp, wie du mit einfacher Tontechnik etwas gegen Mücken unternehmen kannst, unabhängig jetzt von diesem Piepsgerät. Also dranbleiben! Tatsächlich gibt es in Europa mehr als 100 Arten von Stechmücken. Die häufigste Art ist die angesprochene gemeine Stechmücke. Der gestern genannte Prozentanteil ist jedoch frei erfunden. Was man jetzt als erstes wissen muss, so eine Stechmücke hat keine Ohren wie wir Menschen. Hören kann eine Mücke nur durch ein sogenanntes John Stonges Organ. Dieses Organ sitzt an den Fühlern der Stechmücke und nimmt Schallvibrationen wahr. Ist ein bisschen ähnlich wie das Drommelfell von uns, aber ist es nicht zu vergleichen mit Haseneszellen von der Cochlea, also der Gehörschnecke. Weil Mücken wie viele andere Insekten auch nur über so ein John Stonges Organ verfügen, sind sie im Frequenzgang sehr eingestrengt. Tatsächlich konnte die Forscherin Lauren Carter von der Cornwell University herausfinden, dass Mücken gerade mal einen Frequenzgang bis zwei Kilohertz haben. Alle Frequenzen über zwei Kilohertz können diese überhaupt nicht wahrnehmen. Schon allein das beweist, dass so ein Ultraschallpiepser bei Stechmücken überhaupt nichts bringen kann. Diese Piepser beginnen je nach Modell bei 18 Kilohertz und das hier geht sogar bis 45 Kilohertz. Das kann eine Stechmücke definitiv nicht wahrnehmen. Diese Piepsgeräte sind also reinster Aberglaube. Die Mücke hört überhaupt nicht, dass du das anschaltest. Und während die Mücke sich glücklich schätzen kann, dieses grausame Piepsen nicht hören zu müssen, ja, da bekommen andere Menschen dann Kopfschmerzen und Unwohlsein. Kinder und junge Erwachsene können manche Modelle von diesen Piepsern, die einen relativ tiefen Piepston erzeugen, also bei 18 Kilohertz im Höhenbereich, im Ultrahöhenbereich, sogar noch hören. Ältere Erwachsene hören das natürlich nicht mehr. Also herzlichen Glückwunsch. Wenn du also nicht nur Mücken verjagen willst, sondern vielleicht deine Kinder, dann bist du damit genau richtig. Aber wozu ist das noch gut, außer jetzt Kinder zu verjagen? Naja, vielleicht möchtest du ja deinen Stromverbrauch erhöhen oder da ist auch so ein tolles Lämpchen dran. Wenn du so ein Lämpchen haben möchtest, da ist das auch gut. Oder wenn du morgen nicht an die Arbeit gehen möchtest, weil irgendwie der Chef ein wichtiges Meeting angesetzt hat, das du gerne schwänzen möchtest, ja, dann tu dir das einfach heute Nacht ins Schlafzimmer in die Steckdose stecken und du hast gute Chancen, wenn du empfindlicher Mensch bist, dass du morgen Kopfschmerzen hast und zu Hause bleiben kannst. Für alles andere ist das nicht zu gebrauchen. Hashtag falsch war also definitiv richtig. Auf so vielen Arten und Weisen wie nur möglich. Das Geile ist, dass die Hersteller teilweise selbst kein Verkaufsargument haben. Egal was man dir da erzählt, es ist einfach falsch. Aber ich habe versprochen, dass es noch einen Audiotrick gegen Mücken gibt und den gibt es jetzt. Neben diesem nervigen Geräusch kennst du sicherlich auch das nervige, grausame Geräusch, das die Mücken an sich schon machen. Ich meine natürlich dieses Summen, bei dem man schon Gänsehaut bekommt, wenn man nur dran denkt. Wenn man abends im Bett liegt und eigentlich schlafen möchte und man hört diese Summen, aber sieht überhaupt gar keine Stechmücke, findet sie nicht, da wird man wahnsinnig. Mückensummen jedoch nicht ohne Grund. Das wäre evolutionstechnisch ja auch ziemlich unlogisch. Tatsächlich benötigen diese Insekten, um zwischen Männchen und Weibchen zu unterscheiden. Nur durch das Summen können sie das Geschlecht identifizieren und sich paaren. Jetzt muss man noch wissen, dass nur weibliche Stechmücken Blut saugen. Diese benötigen das Blut nicht für die Nahrung, also die essen nicht Blut, sondern die ernähren sich eigentlich von Nektar. Das Blut wird benötigt zur Fortpflanzung. Weibliche Stechmücken kann man mit dem Summengeräusch von männlichen Stechmücken anlocken. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sie sich noch nicht gepaart haben, denn Stechmücken paaren sich nur ein einziges Mal im Leben. Das nenne ich mal Monogamie. Aber was bringt uns jetzt das Anlocken von Stechmücken? Wir wollen sie ja eher loswerden. Naja, wenn ich die Stechmücken an einen Ort anlocke, locke ich sie vom anderen Ort weg. Zum Weglocken muss man auch nicht unbedingt genau das exakte Summen des Männchen nachproduzieren. Es reicht einfach ein ähnlich klingender Sound. Es soll sogar bereits funktionieren, wenn man ein Streichersample benutzt in der gleichen Frequenz, wie das Männchen summt. Ausprobieren konnte ich das leider noch nicht, denn hier ist genau das Problem. Bei der Recherche zu diesem Video konnte ich auf mehrere verschiedene Sekundärquellen zurückgreifen. Diese verschiedenen Sekundärquellen beruhen wohl auf zwei unterschiedlichen Primärerhebungen, so wie ich das jetzt schon herausgefunden habe. Zu diesen beiden Primärerhebungen habe ich bis jetzt noch keinen Zugriff. Daran arbeite ich aber noch. Die Sekundärquellen geben zwei total unterschiedliche Frequenzen an, die man benutzen soll. Das könnte jetzt eventuell auch an unterschiedlichen Arten von Mücken liegen, weiß ich nicht. Während bei der einen Quelle von 600 Hertz die Rede ist, sagt die andere Quelle, man soll ein eingestrichenes C benutzen, was eine Grundfrequenz von 261,6 Hertz hat. Ja, 261,6 Hertz, genau. Das ist ein sehr großer Unterschied, aber ich weiß selbst nicht, wie männliche Stechmücken klingen, weil man hört ja eigentlich immer nur die Weibchen. 600 Hertz halte ich jetzt persönlich erstmal für realistischer als 261,6 Hertz, weil was meinst du, was da für ein Pegel überhaupt nötig ist, damit man 261 Hertz hört? Und das soll mit so kleinen Flügelchen produziert werden? Nein, das, ähm, bin ich skeptisch. Bevor ich dieses Video jetzt eigentlich drehen wollte, wollte ich es mal praktisch ausprobieren, aber das Problem ist, ich habe dieses Jahr überhaupt keine Stechmücken. Ich hatte am Anfang des Sommers, hatte ich eine Stechmücke, die hatte ich damals noch erschlagen und, äh, seitdem habe ich keine Stechmücken aktuell. Ich weiß nicht. Zum einen cool, aber zum anderen blöd für dieses Video jetzt. Also, sobald sich ein Weibchen bei mir in ein Schlafzimmer verirrt, also ein Stechmückenweibchen, ne, du weißt schon, dann werde ich diesen Trick einfach mal ausprobieren. Dann werde ich einfach mal probieren, ob ich die Mücke selber weglocken kann oder ob das Ganze nur unter Laborbedingungen funktioniert. Ich hoffe nicht. Sobald ich es ausprobieren konnte, werde ich das Ergebnis unten in die Videobeschreibung von diesem Video stellen. Für die Abonnenten werde ich das selbstverständlich in einem anderen Video dann nochmal erwähnen, dass das Ergebnis verfügbar ist und sollte das Ganze wirklich klappen und nicht nur unter Laborbedingungen, sondern wirklich zu Hause im eigenen Schlafzimmer, im eigenen Wohnzimmer funktionieren, dann werde ich auch eine entsprechende Audio- Datei für diejenigen zur Verfügung stellen, die nicht so einfach selbst zu Hause mal eben eine entsprechende Audio-Datei produzieren können, sodass du auch zu Hause den Trick dann verwenden kannst, wenn es funktioniert. Ohne Laborbedingungen. Im Labor funktioniert es auf jeden Fall. Laut den Sekundärquellen, die ich gelesen habe. In diesem Sinne wünsche ich dir ein mückenfreies Wochenende. Mach es gut, bis zum nächsten Video. Tschöö.